Das ist meine Begüßung. Ja, herz Willkommen zu... Fängt gut an! Ja, Hase, los! Ah, ich hab ihn gekillt. Wunderbar! Äh, bisschen fit. Spielt wieder mal CSGO. Äh, wir haben wieder Flori, Wamba, Nana und der Hase dabei. Und ich hab die Bomben und Lose nicht. Äh, ja, dann gehen wir A. Hast du mich grad einfach mal übersprungen, Hase? A-Arasch! Auverblüter, my friends! Du bist ja mit der Planeten, A-A. Ja! Den Lieblings-Ausreicher, den ich bin, ist auch der einzige, den ich bin, aber das passt schon. Ja, also, was machen wir? A-Arasch über Blüter. Das ist mein Schiff. Warte, weil ich grad im Ingame gebrüllt. Weil ich immer mit meinen Freunden reden muss im Ingame-Chat. Taktik und so. Ja, sehr gut. Sie sehen alle bei A-A. Ja. Boah! Boah! Das war schon mal nicht... Rasiert! Nice rasiert. Habt ihr Gillette oder, äh, Wilkinson? Nee. Wilkinson. Ich hab Braun. Oh ja, Braun hab ich auch. Die sind gute Dinger, ne? Mhm. So, Elektrorasierer. Oh! Genau, genau. Die kommt über, äh, DT. Truck, die kommt über Truck. Ja, ja. Boah, Alter! Hab du Truck? Oh Gott, ey! Ich mach grad nur Headshots. Nice, Florian. Da gab's auch ne schöne Taktik, weil ich rasier die Schmiedigele. So, was machen wir jetzt? Selbe Taktik? Selbe Taktik? Äh, dieselbe Taktik nochmal, ja. Okay. Okay. Sonst kann mich einer hochpushen nach vorne. Oben. Ja, kann ich kaum. Wenn du eine... Aber... Ja, ich mach's ein. Mir ist eigentlich egal, ob... Sind alles Deutsche? Möglich. Geh einfach, ich push ihn kurz. Okay. Okay, Florian. Hopp. Dankeschön. Und dann komm ich den überm Mittel. Möglich. Oh, da ist einer. Hoppala, da bin ich tot. Pass auf, da ist einer, ne? Yellow. Ja, ja. Ach, was du nicht sagst. Guck mal, äh, jemand hinter uns, äh, herkommt. Siehst durch die Wand? Alter. Ich halte uns mal den Rücken frei. Nur durch die linke Wand. Scheiße. Weil jemand hinter uns auflauert. Wann weißt du's denn neuer Ziel? Jaaa. Ich hab's über den bezahlt. Oh, shit. Ähm. Hab ich dafür bezahlt? Keine Ahnung. Jaaa. Flori Wackmann incoming. Jaaa. Flori Wackmann incoming. Jaaa. Flori Wackmann incoming. Jawoll. Flori, dann läuft ihn direkt in den Schuss rein. Da hab ich schon, äh, Titel, äh, äh, Name. Wackmann 2.0. Flori hab wieder an. Ich hab, ich hab wieder an. Flori Wack 2.0. Schon wieder. So, ich mach ne Echo. Ich mach ne ASG. Ich mach ne Echo. Moment, Moment. Wo ist denn nicht wieder einer? Oh, da ist ne. Ja, ich. Ich komm schon wieder. Ich bin hinter dir. Äh. Danke. Das ist praktisch. Das ist praktisch. So. Äh, Blue Door. Scheinbar. Will Orange wirklich vorgehen? Äh. Ja. Nicht im Weg bitte. Hase. Huch. Ja. Ich hab mal ein bisschen Abstand. Ich geh, ich geh weiter. Okay. Oh, das war natürlich ein bisschen scheiße grad. Warte kurz, warte kurz. Amit ist ne Weltall ist ein Altersfröer. Hamit, ich hab total vergessen, Granaten zu kaufen. Du wolltest sie gerade werfen, Anna, oder? Einer hinter, hinter Gabelstapler. Hab ihn. Ne. Äh, ja. Einer für euch, äh, darf Bombe machen. Da ist dann die blöde, der kommt von CT. Er kam von CT. Er kam nicht mehr von CT, da hat ihm schon Headshot passiert. Von CT. Äh, Bombe legen? Äh, Hase? Ja, bin schon dabei. Ja? Ja? Alter, wie man immer dein, äh, Kick-Click gehört. Ja, ich weiß nicht. 16-0? Baby? Äh, William, dann doch die Bombe, ich geh wieder hoch rüber mit. Achso, wir gehen, also wieder dasselbe Taktik. Ja, die, die Taktik. Strategie-Taktik, ja. Ich geh. Ich geh, mann wir die Bombe. Viel Spaß, mann wir. Okay. Ich push dich wieder hoch. Jo. Hast du Awe? Ich hab ne SG. Okay. Anfänger Awe, quasi. Ja, ich, interessanterweise kann ich mit der Waffe überhaupt nichts anfangen. Was, mit der SG? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Leute, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. So, kann ich ihn auferziehen. Relativ, äh, berichtigt, oder? Welche Frage? 16-0-Ink? Ah, bei nem 3-0 ist das noch ein bisschen zu over. Einer ist ein bisschen zu over. Nein! Fuck. Warum bewegst du dich? Ich bin hart angeschlagen. 8 live. Gut, Hase. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hab ihm mein Ei ans Gesicht gedrückt. Ah Mist, das war... Oh. Das war ja Nana, nicht Hase. Hase. Da, hinter. CT, 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 CT. Einer ist CT. Ja, ja. Hatte ich vor. Wie der Springstoff von Cyber kommt. Hm? Ja, äh... Springstoff von... von Cyberbot irgendwie. Achso. Ja, sorry. Einer ist mit. Wie viele leben noch? Einer. Okay. Der ist da ganz hinten. Der ist da ganz hinten. Der ist da ganz hinten. Könnte man scouten. Richtung B. Richtung B. Wenn du auf der Karte siehst. Hast du Glück? Ja, da in der Mitte wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Okay. Über den Scout. Fluri hat die Sense. Mit SSG kann ich nichts anfangen. Versteh ich. Nana, willst du... willst du die Bombe? Ich hol mir jetzt ne A. Ja, gib mal Bombe. Habe ich die dir jetzt gegeben? Sollen wir nicht mal langsam B gehen? Nein, ich geh noch mal selber. Ja, komm, 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 komm. Wir gehen jetzt mal B. Ach, Mann. Um sie richtig abzufacken. Mann, Leute. Wobei, der hättest eigentlich... Wir hätten dich auch hochgefahren. Fünferteam ist mega unfair. Lass du doch zwei Fünferteams, meine Freunde. Oh, da hinten logischerweise. Einfach einmal rumlaufen. Ist auch nicht so gut aus. Ja. Aber sonst kannst du unser Team natürlich nicht schlecht lassen? Oben, um, um. Weil, ich hab da... Eine Arbeit ist vielleicht da oben doch ein bisschen sinnvoller. Einer ist reingelaufen. Der wohnt zu euch. Warte, fuck. Wie schnell wart ihr denn jetzt gerade? Schnell genug anscheinend. Ja, die sind wahrscheinlich alle A, oder? Ne, der eine ist A. Ach, fick dich doch an. Jetzt sind sie hier rüber. Es ist keiner B auf einmal auf Mittag. Einer kommt. Immer. Der hat eine bessere Waffe. Okay, ich glaube ich hab an. Okay, lass mal Abgang machen. Einer kommt dann noch von mir. Ja, ist egal. Ich hab den Eger. Jetzt schnell weg hier, Wanda. Ja, ja, das geht. Die Runde ist vorher vorbei. Nein, das ist meine Arme. Danke, gut. Hätte ich schief gehen können. Ehhhhh. Ehhhhh. Gefühll! Gefühll! Braucht irgendjemand Waffen von uns? Nee, eigentlich nicht. Ehh. Ganz ehrlich, wir haben, wir haben die Sens, ey. Gehen wir wieder B? Ja, okay, zur Abwechslung gehen wir mal B wieder. Ja, wir werden wieder B. Zur Abwechslung gehen wir mal wieder B. Letzte Runde B gewesen. Hm, was? ich dachte die erwarten uns jetzt bei b ich gehe einfach davon aus ist doch vollkommen egal hauptsache so spannend kommt die erwarten uns nicht doch einer ich glaube ich habe auch gesehen ich habe mich nicht mal habt ihr alles auf der kontrolle auf dem bspot ja 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 super hier was ist das denn hier ja ich muss mir jetzt mal die waffen angucken das jan ist gar sehr interessant ich mache abgang ich mache abgang dicker wir haben beide abgang gemacht ja die falsche richtung mein freund ein richtigen abgang wird ist das ein 16 0 große frage nach dem 60 bin ich schon eher der überzeugung jetzt aber lass mal wieder a gehen ok 16 0 das wäre witzig es war ein 16 0 im let's play wäre schon ein wobei 16 0 was was ok könnte könnte deswegen war ich gerade ein bisschen erschrocken könnte könnte dies unser abwank match werden nein 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 abwank habe ich letzte folge geschafft hier silber 2 seht ihr leute silber 2 da ist der skiller wann war ich habe mir keine waffe gekauft ich bin ein bisschen dämlich gewesen ich habe schon die bombe die bombe ist da ja gerade green ist da ja das bin ich ja die bombe ist nicht safe a ist nicht safe soll man dann b gehen ich gehe zu b ich hoffe die hören die steps nicht ja die hören überall steps wahrscheinlich ich gehe jetzt einfach mal zu b schade bin tot dachte kann einen mitreißen gut sei aber bad kein problem da hat mich dafür doch verschanzen würde ich sagen zeitspiel machen oder naja ja gut man kann ja meine spagetti essen das ist also die fest schon dass wir es dann auch sehen schau sagt doch flori hat die sens wird an die ist die cashrunde hat den zug verwirrt das muss er an ich glaube mit defuse könnte er es schaffen oder das war auf jeden fall die beste die wester und dass ich vergessen habe meine waffen zu kaufen kann mich jemand pushen ja das mache ich dann dann machen wir ich habe ich habe 14.000 auf dem ticket er ist immer der schweizer weißt du fühlt euch nicht gut mit dem fünfer team ja genau ich bin mal kurz vorbei ich gehe von der anderen seite tschaujong tschaujong alter sieht ihr da irgendwas scheiße versteht dann hat er mich schon wieder erwischt hat er nicht auch grün ist in Gefahr ich nehme einfach mal weiter vor schade eigentlich oh scheiße weil ich ein bisschen vorgegangen bin jetzt hat er mal loosed wahrscheinlich oder ja könnte sein mann ich wollte 16 zu 9 ihr verkackts hier ja du kannst es eben nur reißen na flori flori du kannst es reißen ja flori mach doch also du weißt ne wenn äh schade wenn du verkackst dann geht doch diese last auf diesen schultern wo ist die bombe hinter dir du hast den gesehen ne ja ja ok oh flori jetzt hast du die ganze runde für uns versaut also ehrlich flori hat's verkackt also wirklich erstmal hier melden erstmal behinderter spiel so jetzt mach ich äh mal troll runde ich hätte vielleicht eine flash werfen ja mit einer nova hier ich pushe euch falls jemand da drauf gehen wollt was ist denn das mit unserer affinität zu A hier ich hab keine affinität zu A hier ich hätte eigentlich vergehen müssen einer ist ich hätte eigentlich vergehen müssen die sind alle dort wo ich jetzt grad bin ähm also blue door im gang oder im gang das ist für nana der fall im gang im gang danke nana bitte wer hat die bombe äh abp mitte ja ich hab mit reingeschaut ach der ach der ach der A A näääääh 총 AWP jetzt bin ich mal die AWP Action wolle ich hochpuffwirr wär nicht schlecht ich mache mal UMP Runde A Ni A Ni A Ni A Ni B komme ist links von dir anhälterki guck Man muss sie ja schon ein bisschen. Der Commander hat sie. Ihr seid nichts. Alles klar. Danke. Vor allem weißt du, so 2 zu 7, wir sind nichts. What? Ich hatte aber grad einen ordentlichen Deck. Ich krieg die Awe da oben rum. Toll. Wo ist denn der Flurig? Ist der direkt auf dem Mid? Der ist da in diesem eigenen Raum. Der ist da rechts gleich. Ah, der ist schon gut Damage. Ja, der hat auch gut Schaden. Ich hatte grad einen Mega-Lag. Deswegen habe ich zwar geschossen aus meiner Sicht, aber wahrscheinlich habe ich bei dem nicht geschossen. Weil der hat nämlich sehr lange im Visitor. Da hinten! So, ich sehe dich jetzt an Hase, ne? Kommt jetzt durch, oder? Scheiße. Nur so eine prinzipielle Frage, Hase. Ich weiß das jetzt nicht. Vielleicht kaufst du Kevlar? Zum Teil? Ja, weil immer Kevlar vor Waffe kaufen, ne? Ja, aber ich habe genügend Kohle und so weiter. Ja, weil du gerade irgendwie so keine Rüstung hattest. Ja, ja, man vergisst das auch. Makro, mein Freund. Wir gehen mal jetzt mal wieder A. Äh, wir gehen wieder B. Äh, B, 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 B. Flurie läuft schon von Boost. Du hast gesagt Boost? Ne, ich wollte sagen, ob jemand den sonst braucht. Hä, Boost? Haben wir hier Titten-Bonus-LP? Achso. Und jetzt auf der anderen Seite. Oh, ist der tot? Das war auch noch einer. Der hat jetzt, äh, Molotow geworfen. Das war knapp. Ich, aber du läufst auf die Fahrt, stell dich. Ne, das war ich. Oh, sorry. Okay. Guck, guck, deine Lüftungsschacht. Du schaffst nicht mehr offen. Jetzt ist auch keiner mehr drin. Das hat ne Arbe, da wollte er sich ein bisschen rumsnacken. Aloha Snackbar? Ja. Ah, oben kommt einer. Von oben, von oben kommt einer. Tja, wenn man die Waffe vorher sieht, dann bist du nix. Der ist ja hingesprungen. Ihr seid nix. Achtung, Nana. Schacht, ne? Steppt gelb gerade. Jetzt ist auch einer drin. Nice. Ihr seid nix. Drei verloren bei der Fünfergruppe, schon bad. Auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu schreiben soll. Also, eigentlich hat er ja recht. Braucht ihr mal Boost? Ne, eigentlich nicht. Gehen wir B nochmal, würde ich sagen. Gehen wir B. Ja. Ich hab die Handtasche. Ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen Abwechslung muss halt auch sein. Ihr habt. Vor allem das Traurige. Oh. Der Satz sollte eigentlich noch fertig werden. Das Traurige ist einfach, die haben halt ein Fünferteam, ne? Wenn die zu scheiße sind zum kommunizieren, sind die selber stolz. Oh old man will bring back… Fluri geht heute rυχig. Da kommt noch einer. Da hieß Wagner. Da kommt noch einer. Da wird noch ein Gl투. Wahrscheinlich Lüftungsschacht oder? Ich bin tot. Oder Kam ryhto von auf Alrighty致ner. Lass mich, lass mich. Lüftungsschacht ist clear. Fuck. dua Spieler sind da. Wo ich grad war. Da kommen zwei. Alter, das ist doch nicht wahr. Einer hat ne Ase. Fuck, alle drei on spot. Oh, das fehlt ein Zum. Komm, Hase, jawoll. Nice, Hase. Der ist defused, der defused. Und einer kommt von oben. Nein! Ah, fuck. Der hat den da oben abgebrochen. Aber er hat kein Kit. Er ist noch ziemlich da draußen noch hin. Ace. Stopp has been defused. Counter Terrorists win. Mensch, Mensch, Mensch. Sind die Gegner schlecht. Außer der eine, der Rolf. Rolf. Alter. Ich glaube, ich bin mal Echo einfach mal, weil sonst... Einfach so, weil... Warum? Brauchst du Push? Wo gehen wir hin? Dann mach ich. Ja, dann boost dich kurz. Ich bin direkt hinter dir. Aber du solltest die Bombe jemand anderes geben, Nana. Ich steh hinter dir. Zum Beispiel. Ich geh mit. Na, guck, Lucien von oben. Einer ist da, genau. Der hinten hast du zu spät gekillt. Entschuldigung. Ja, passt schon. Wohin der Mollo? So, passieren. Und der Narbe hat... Ich geh... Achtung, Yellow könnte von hinten auch einer kommen. Ja, ich... Weil ist nicht gedacht. Der schafft's nicht. Uuuuuh. Was soll das denn? Der schafft's einfach... Ah, links von uns. Links da, wenn ihr rauskommt, der kommt schon eins. Ah, schade. Ah, schade. Was ist, aha, interessant? Äh, das was die so im Chat geschrieben haben. Na, na. Der ist nur hinter der Kiste, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube der ist nicht. Doch, ist er. Boah, nice. Geht doch. Unten ist die Bombe haken. Rechts im Baum. Oh mein Gott. Plant, plant. Nice. Wir sollen's auch umblenden? Wofür planten? Punkte. Geld. WTF? Alter, der war's nice. Ja, ne. Also derjenige, der gegen dich gekämpft hat, der hat... War schon scheiße. Ja, ich war auch scheiße. Ich brauch nochmal Boost. Ja, mach ich. Ich geb dir. Oder... Das ist dein Bot. Ja, wie du willst Florian. Du willst, mach du. Du hast die Bombe, also du kannst. Äh, nächstes ist Ausverkauf, ne? Ja. Ich bin doch gern. Ja, dann boost du Florian. Nein. Ich bin ja schon... Ich bin ja... Ich bin ja schon... Ich bin ja schon... Ich bin ja schon... Ich bin ja schon... Ich bin hinter dir... Sei mal gerade kurz... Silent Night. sie von ihnen kommt dann gehe ich hier durch ja hier sieht sauber aus aber rechts ist weiß ich nicht okay rechts ist direkt einer der viel schaden da kannst du eigentlich das ist eine leiche links rechts sheité m Nein, fuck. Ja, ich wollte gerade rechts gucken, aber... Rechts im Eck. Wenn du jetzt nur ein bisschen Blutdruck hast... Rechts, 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 nana! Dort hinten hat er sich versteckt vorhin. Rechts von dir. Ecke hinten rechts. Rechts! Das ist rechts von dir. Fluri, Fluri, am besten gar nichts sagen. Ja, 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 beruhigte, ich beruhigte. Ist gut. Auszukampf, Leute. So. Kann mich jemand boosten? Alter, ich kann mir nicht mehr irgendwas richtig leisten hier. Das ist richtig für Lars. Ja, kann ich machen. Kann mir irgendwann irgendeine Waffe poppen? Was willst du haben? Jo. SG? SG oder so. Ja, kann ich machen. Wo bist du denn da? Wo ist meine Waffe hin? Ähm, keine Ahnung. Hier. Die hat ne paar Hase. 13 Kills hast du auf der? Kann sein, ja. Die habe ich erst heute eingefügt. Was? Alter, was hat der für ein Aim, ey? Der hat doch sicher etwas an. Ja, ich mach dir doch ein paar Kills drauf. Ich denke mal, dass der CSGO anhat. Der CSGO hatte an. Ja, das denke ich auch. Einer kommt immer mit. Der ist angehittert. Schade. Ich kann mir die Sachen. Mega fließen. Läuft raus, pack weg. So Hase. Du willst nur noch die Bombe holen. Die mitliegt. Oh, die mitliegt. Da sind einige Leute am Morgen. Aber wo? Vor allem mit dieser abgesägt, ne? Ist gut. Lustig schlachtfest. Die ist okay. Auf jeden Fall. Liegt die oben auf dem Boost? Nein. Ich dachte schon. Ja. Vielleicht sitzt du noch mit, mit ner Habe. Wär ein bisschen bitter gewesen. E am besten, äh, B. Ja, würd ich auch sagen. Und steppe nicht, wenn du da rein gehst. Er, er muss jetzt planten. Er muss planten. Lauf, Hase. Nur noch 19 Sekunden. Jetzt musst du planten. Er ist oben. Ja. Leute. Wenn ich jetzt einfach nur planten muss, sehe ich ihn nicht. Ich hätte ihn lieber getötet. Ja, irgendwas musst du ja tun. Ja. Ja, ich hätte lieber noch oben geguckt und planten, als anstelle von Laufen. Aber von daher, ne? Egal. Nächste Runde. Jetzt machen wir sie fertig, die kleinen Tricks. Schöne. Ohne Kevle hat auf jeden Fall mit ne Entschärfungskid. Das läuft doch jetzt. Ja, stimmt. Entschärfungskid. Vielleicht ne Idee. 3A, 2B. Okay. Ja, 3A. Ja, ist doch richtig. Ja, ja. Alles ich war. Okay. Die kommen A. A. Alle A. Alle A. Ja, das war ja die perfekteste Flash ever. Ja. Ja. Alle A. Alle A. Ja. Alle A. Alle A. Ja. 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 Alle A. Ja. Sehr gut, Nana. No. Lauf. Hase, geh raus. Nein, das ist unser Team, Kollege. Oh mein Gott. Ja, nun damit ich die Runde verloren. Gott, tschüss. Alles gut, alles gut. Ja, ja, ich meldte mich mal selber weg, Team King und so, ne? Ei, 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 also das war... Bitte Echo sein, bitte bleib weiter... Ja, sehr gut, Cyberbot. Ja, ist doch egal. Na gut, pass auf. Oder kannst du mal Ecke kaufen? Hey, es konnte bis jetzt noch keines, aber... Ja, warte, wir wollen, wir kosten 850. Ich hab mal 850 auf dem Konto. 2B. Ja, ja, ganz normale, Mann auch. Geh ich mit dem Hasen auf den Bett. Komm, wieder alle A. Alle? Ja. Ah, das wollen wir sagen. Ich will nicht. Bombe liegt. Ja, wir sind alle A. Wir sind alle A. Fuck. Was? Wie? Was? Hä? Bluder, bluder, bluder. Mann, läck mich! Oh, man has been planted. Du hast ihn gesehen, Hasen, ne? Ich will nicht. Ich will nicht. War wirklich die perfekteste Flash aller Zeiten. Äh... Hat da. Schon wieder. Bleib weiter Echo. Ja, eine Echo noch und dann... Ja. Geh mit zu A. 4A, 1B, okay. Okay, am besten wir gehen jetzt alle A, weil die kommen jetzt alle immer A. Meinst du? Pass auf, die können jetzt A war haben, ne? Das sind B. B ist bei BB sein. Scheiße, tot. Bombe liegt noch bei Schmidt. Ich habe hier zu gerne gesehen, wie der mich gekehrt hat. Aber das war, glaube ich, durch die Wand. Nicht mitgerechnet. Unbelegt immer noch mit. Boah, Alter! Mhm. Was ist denn das, bitte? Ich weiß es nicht, ja. Oder... Es war unnormal. Vielleicht noch auf ihn schießen, bis er mal umfällt. Der Hundenbocker. Vor allem, der hättest du auch zwei Headshots zur Zeit. Okay, ist ja nicht unmöglich. Weder Standardverteilung machen. Ja. Korrekt. Also, och och. Let's go, let's go! Ich geh zu B. Ich geh jetzt zu A. Ja, ja. 3A, 2B. Wird die schon unsere erste Niederlage sein? Nein. Also, nachdem wir gesagt haben, erst 16.0 sind wir richtig scheiße geworden. Warte mal. Warte mal. Deploying Flashback. Ich glaube, ich hör was Blue Door. Nein, das war ne Molotow. Ne, die kann auch in Blue Door sein. Äh, hinter uns. Ah, die kann man immer mit. Dieser eine Junge rastet halt bei denen aus. Mhm. Aber ordentlich. Wenn du mal vergleichst. Wenn du den anderen mal ziehst. Ihr müsst alle... Die sind alle A. Die sind alle A, Cyber. Ja. Ich hab doch nur den Hasen gefragt. Ja. Wo? Ich hab den schon... Ich hab den schon... Ja, ich hab den schon reported, den Gegner. Ja. Der eine da. Ich wüsste jetzt aber keinen Grund. Ein Trigger Bot. Äh, die kommen nicht zu dir, ne? Das weißt du. Die Bombe nicht verraten. So kannst du höchstens nur Geld safen, wenn das dein Ziel ist. Nicht schon, ja. Ja, wobei, da ist ja auch nicht viel dran. Muss man sagen. Außer die Fuse, aber es sind 400 Dollar. Nein, jetzt, jetzt musst du... Ja, jetzt. Jetzt ist... Wenn du jetzt noch stirbst, dann war das richtig unnötig. Ja, Geld. Scheiße. Ja, das war richtig... Das war jetzt richtig unnötig. Sie wurden... Sie wurden nie da. Also, was soll ich tun? Alles gut. Na, ist alles gut schon. Jesus, Likot, ich will die kleinen Arschlöcher wecken. Alles gut. Ich reg' mich nicht auf. Es ist alles in Ordnung. Ich reg' mich nicht auf. Ich geh' zur Schalter. Es... Es bringt nichts, sich hier in dem Spiel aufzuregen. Nein, ich reg' mich hier nicht im Spiel auf. Ich reg' mich ja sonst das auf der Aufnahme auf. Achtung. Flash. Ist bei dir oben sitzen, Hase? Die sind schon wieder bei A wahrscheinlich. Ich hör' dir aber eher von Mitte. Wieder von Mitte? Okay, das kann auch sein. Ja. Die sind dann mit. Mitte. Aber wollen die mit B oder wollen die mit A? Da sind wir die Frage. Und schützen wir A oder? Ja, das ist gerade egal. Bomben ist bei mir. Wo, 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 wo? Äh, bei mit, bei mit. einer ist blut einer kommt jetzt mit wann war denn erledigt wir sind wieder zurück im spiel die richtig alte form haben wir noch nicht nein aber das ist jetzt relevant das ding gewinnen wir hier von vier wird die sensation die von vier spielen gewonnen ach so sie sind was für ding die kursi flashbang hallo aber mal gucken ob ich die kriege die frage ist wo ist aber aber ist auf dieses dinge wo du dich brusten kannst der lüftung scharf sich die kühle ist weg bombe liegt bei b oder in der lehre von b ich sehe es selber einfach bombe protecten wenn das wir dann seit von der wankhase ich würde guck einfach weiter selber raus und sofort rum raus sofort und sofort rum scheiße fuck weiter 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 guck weiter guck weiter schieß durch die maul es geht nicht das bringt da nix schade der letzte von denen ja 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 jawoll 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 gut applaus ja und sein Name ist Brock letztes Mal ich glaube ich warte ich muss 80 ich muss unbedingt was killen 80% ja nice bleib bei mir ich kriege gar nicht mit deinem Auge ich hätte wieder weißt du was mir gerade aufgefallen ist ich hatte granaten ich hätte einfach auf den werfen können ja das merkt man da war ein bisschen zu spät wäre die idee gewesen ne ich sagte komm jetzt mal langsam wieder A ja sind sie auch wie viele durch die oh gott also wollen wir mit bombes bombes A A hall bludor bludor A hall ja wovon wurde ich jetzt angeschossen ey die sind alle A so viele wo seid ihr denn noch die sind gerade bei Mittem auch ran hinten Seibel du hast ne gute Position von da sind äh Main Hall auf A die sind äh A Spot der plantet der plantet der plantet Alter ja ist klar rück mal doch ins dann Heller guck 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 links in die Ecke vielleicht links in die Ecke er ist hinter dir ist rechts ja rechts ist aber noch einer vor cleft ist keiner ja jetzt ja du hast nicht die reichweite dafür schade 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 ich frage wie der Typ alles daheher gedrückt hat jetzt der hat einen Ase mhm der ist schon nicht schlecht dann lass ihn einen Ase ja ich geh echo hab kein Geld mehr ja ich kann noch ich mach mal so eine Ecke ja jetzt wird es ein bisschen spannend ja mhm richtig jetzt ist es mal wieder spannend hier in der Ronde 5000 Volt guckt einer bitte mit ich brauche immer die Anzahl der Leute keine Ahnung das war nur der Bot die sind einer ist draußen da ist ein Bot ja ah steigen wir unsere Chancen ja 2 2 2 Main Hall gewesen sehr gut wann war das was die standen in einer Linie muss ich kurz sagen 2 Mitte die Bombe ist Mitte Green nach Mitte Bombe ist Mitte Bombe Blue was auf eines beim Boost ich hab den tausendmaler getroffen ich weiß nicht warum wo 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 ja Mitte da wo ach komm du müsst ja aufpassen weil da einer ist da beim Boost wie viel er dem noch 2 wie konnte der mich jetzt besser treffen als ich ich hab ihn noch 3 oder 4 mal getroffen ne ja das sind gar nicht getroffen ich hab ihn noch 3 30 kW hoffen wir da könnte er mit der Arbeit die Infine sein wahrscheinlich wird er dich schon gleich äh abknallen wahrscheinlich wo stand er denn? so weit du ja ich war noch mit pssst bing dieser Typ mit der Arbe ja das ist auch einfach der ohne den das Team wäre verloren oh Karl hat sich verpisst ok ich kann mir keine Käpfchen leisten das ist grad für'n Arsch ich geh noch mal eine Runde echo ich mach so ne halbe damit ich irgendwas hier reißen kann ich gucke einfach soviel dass ich dann für mit ne Arsch ja der will jetzt nur den reinrücken dass die gerade 12-11 haben naja einfach nicht drauf eingehen wir haben wieder zwei A i wanna maybe sweat sind die bei A? ja einer einer zumindest ist der in manhole? haas willst du bitte gehen ja alle A sorry alle A ok sorry Nana ich hab dich grad angeschossen gehst du ja mit haas ich gehe kommt wieder Lagerhalle jo ja und es ist wieder derselbe der der hat an wahrscheinlich guckt der Zeichen in meine Richtung geht mir Headshot wahrscheinlich oder geht das gar nicht da Alter das ist doch nicht wahr wie sie auch noch nennt die Arbe x the god naja alter der Typ hat doch 100 pro bring was an ich glaube nicht dass er es an hat ich würde er vielleicht behaupten das ist Smurf das glaub ich sogar noch eher ja ich äh wie geht das nochmal her gesucht ne fuck it nein der letzte ist mal Halle ah auf Hase nee es ist doch kein Smurf meinst du? der hat zu viele Spiele und zu viele Spielstunden das hat mit damit nichts zu tun ne aber du hast eigentlich nicht 500 Spielstunden beim Smurf plus oh doch andere Spiele doch doch nimm dir die nimm dir die jetzt hier in nem Gabelstaple oder? nein direkt direkt an der Wand an der Wand direkt an der Wand links mhm laufst du Pumpe jetzt lauf zum lauf zum ja genau ja hat der einen defuse jetzt ist zu spät jetzt kann es gehen er hatte zwar Kit aber da war noch einer er stirbt oh ne oh ganz knapp mhm der hat ein Fünfer Ping er hat ein Fünfer Ping er hat ein Fünfer Ping ja guck mal ja das sind die Bots nein nein ja wir ohne diese Korkus und keine Bots und die haben ein Fünfer Ping ahja Tatsache dann sitzen sie am an entweder in einem äh Netzwerk oder ähm sie hängen äh an nem Server hä achso ich werf ne Flash rein einer bluter Flash ist draus boah ja Alter der geht mir so auf die Eier einer blüte oder ne noch einer die gehen alle A die gehen alle A du brauchst du gar nicht warten Hase ja alter Hauptwaffe der der ist beim A Spot pass auf der plantet der plant ja Hauptwaffe 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 ja nice nice defuse schnell recht von dir da ist doch ein Gegner da ist doch der Bot Forklift Ecke hä ja da jetzt steht und jetzt defuse defuse wo ist sie ja ja ich defuse die Band easy huah ja 5 Runden ne scheiße wir machen mich kaputt auch scheiße macht ihr mich kaputt leck du hier und ich hab jetzt irgendwas gekauft was ich nicht brauchte wahrscheinlich zeus ist kann man irgendwann die Deagle droppen nein äh leider nicht hätte ich nicht aus Versehen verkauft gemacht dann wäre es vielleicht gegangen mit zwei mit einer mit einer mit wir gehen wieder ok das war der Bot Gott ist tot ach du scheiße einer bei bei boost wir gehen wieder zu a fuck it wo boost ah ok scheiße das ist doch nicht wahr ja dieser Typ sind alle zu b es ist nur der Typ ja dieser eigene Typ links waren wir links ja da waren zwei zwei oh wer ist bei den voll jetzt schleich jetzt und dann hat er die vergessen wenn du hast runter scheiße und zwar hast du mitgenommen ja hast du knapp wenn wir unten in Folge jetzt gewinnen ist unwahrscheinlich ja ich das ist meine zweite für hast du drei Kinder und drei Kinder und keine drei Gelder ich mach ne echo ich auch ich kann auch nichts anderes machen wir müssen kaufen ja wir haben noch die eine nächste Runde statt dass ich jetzt scheiße kaufe ja vor allem prägt es dir eh nichts wenn du diesen Typ abknalltest ist ein B ist ein B bot ist B ja einer Blue Door mit ne ohne Bombe die Waffe ist von einem Bot jetzt sind die alle jetzt da? alle A alle A sind A den hab ich jetzt komplett alles halt eingeschätzt weil wir hinten rum gehen ich gehe hinten rum Hase ja mach den alle A-Spot wenn er auf Boost weißt du das mehr? ich glaub nicht ne 53 stills ja ne ist klar fuckt sich rum die kleine Sau ja gewinnen können wir jetzt nicht mehr wir können höchstens von Unentschieden rausfallen wahrscheinlich noch können wir gewinnen ja jetzt nicht mehr ne wenn der Typ in der AK kommt kann ich wieso nicht mehr machen nein 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 du musst das andere Problem wenn Hurt kommt so jetzt wird's spannend ich hab ne Strafzeit erhalten von 30 Minuten war wird dir auch nicht interessieren ich hab die Schnauze so einer weißt du mit 54 Kills das ist ich hab jetzt zwar keine Rüstung aber ich hab mir jetzt einfach eine A gekauft weil es mir jetzt einfach gereicht hat mutig aber jetzt geht's auf mit ich sterbe ja sowieso ich wollte erst sagen alle A als eventuell keiner kommt mit all or nothing kommt es mit mit ich bin in und oder es ist was bei B ist mir hier guckt Ehm A A A A A A A A A, alle A, Bombe ist A. Ja, das ist doch wohl nicht wahr. Du kannst dich hier passieren. Verstecken bringt jetzt auch nix her. Ist halt... Weiß ich, erschießen. Oder erschieß ihn. Links. Hase. Links. Schade. Das wär's gewesen, ey. War aber nicht schlecht, war nicht schlecht. Ja, knapp. Alle kriegen das Kind, aber ich krieg gar nix. Das wäre... Der österreichische Bonus. Ja. Ja. Hase. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Spiel. Und wir sehen uns das nächste Video. Tschüss.